Ja hallo und willkommen zurück zu Pokemon GO. Jetzt in der aktuellen Version. Das Ganze ginge ein bisschen früher. Für euch das Datum mal der 14. Juli. Gegen gestern wurde die aktuelle Version released. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt das Level ab ohne euch habe, weil ein paar Sachen mache ich natürlich allein, zwischendurch mal ein kleines Pokemon fangen oder etc. Laufen wir direkt mal wieder los. Oh, das ging schief. Warum? Na ja, geht doch. So. Wir werden jetzt ein paar PocoStops ablaufen und dann versuchen mal eine Arena zu machen. Wobei da hinten die ist sehr, sehr stark. Aber wir werden sie trotzdem versuchen. Zehn von neun am Morgen. Ich habe gerade meine Tochter. Ah ne, wir versuchen die Arena. Da muss sowieso woanders hin. Also daher. Schauen wir mal, was das so ergeben wird. Und mir ist aufgefallen, dass der Ton nicht richtig mit aufgenommen wird. Also der vom Spiel. Meiner schon. Aber, hm. Werden wir sehen, was das ergibt. Na, laufen direkt. Na, laufen direkt. Schauen wir mal, ob wir noch was Wildes hier fangen. Ansonsten versuchen wir mal die Arena. Aber die Arena könnte schwer werden. Da sind schon heavy Dinger drinnen. Das Kampfsystem hat sich sehr stark geändert, wie wir das so früher. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, wir könnten noch was Nidoran nach Nummern gucken. Was sieht mit dem Tauboga aus? So weißen wir auch nicht. Hallo, Nummern. Fukuna vielleicht? Nein. Als Raubschi werden wir auch erst eins haben. Wie sieht es denn mit Radfahrts aus? Auch noch nicht. Da fehlt uns einer. Das werden wir aber mal eben machen. Ja gut, da könnt ihr sehen. Wird auch angezeigt. Das seht ihr nicht. Werdet ihr nicht sehr oft sehen. Weil sonst würde ich auch meinen Standortpreis geben, wo ich wohne im Nachhinein. So, entwickeln. Sehr schön. Sehr schön. Der Laufsteg. Der Laufsteg. jetzt müssen wir mal gucken wo wir uns hinstellen wir werden es einfach mal versuchen dann seht auch das kampfsystem hier ist natürlich schon sehr viel krasse sachen drin ich glaube nicht dass wir es schaffen werden der kampf läuft tipp basierend ab man kann ausweichen im gegenmann nach rechts oder links schlägt und man kann wenn man lange drückt eine spezialattacke machen in dem fall aero as aber die hat nicht mehr geklappt jetzt kriegen wir eins platten toll toll ich hoffe das ist man relativ schwierig weil er so hoch fliegt dann denkt man muss oben tippen lautet es nicht so so wir müssen jetzt das ganze arena prestige runterhauen was auch passieren würde wenn man nur eins schafft zu besiegen allerdings werden wir das jetzt nicht machen es bringt nichts was gehen die ganzen pokémon platt werden jetzt nicht alle wiederbeleben und dann nur die die wir weiter nutzen schauen mal ob wir noch ein pokémon finden und sonstigen werden wir gleich vielleicht noch mal losfahren um stärker zu werden weil 6 sind wir jetzt 45 kronarbeiter zu bieber brauchen wir 50 für raupi brauchen wir 12 für ein taubsi brauchen wir 12 aber das haben wir ja schon aber wir wollen dann taubora weiterentwickeln zu taubors und das wären 25 noch also 50 was haben wir denn noch so dabei haben wir noch einen pikachu und einen blutzuck ich glaube da braucht man auch 50 für so ein körper noch weiter zu entwickeln braucht man 400 bonbons doch ich hätte glaube ich ein 10 kilometer oder ja das werden wir direkt mal reinsetzen kriegt zwischendurch eine dreifache aufladung im kubator das ist auch ganz schön 200 meter noch und wir haben auch ein neues pokémon aus dem ei schauen wir mal was das wird also ein ei kann man so ziemlich alles kriegen bisher also polygon hat eine freundin von mir gekriegt rion hatten wir schon dabei nidorin alles möglich also ich glaube nur die grundviecher also weiterentwickelte bin ich mir da nicht sicher ich hatte ein körper schon da drunter und tach na komm dann laufen wir noch mal runter dann können wir an pokusdorf vorbeigehen und hoffen dass wir noch eins zu finden aber interessante sind jetzt auch nicht wirklich in der nähe eigentlich müssten hier feuer pokémon sein das ist ein kleines dorf eine ortschaft müsste eigentlich ein wohngebiet sein aber das ist dort einigste was es hier nie gab bisher wir könnten auch bis zum friedhof laufen gucken wir mal ein geist pokémon finden was mir allerdings aufgefallen ist dass bestimmte gebiete noch gar nicht richtig deklariert sind ich habe einen wald hinter der haustür da war ich drinnen der war nicht als weit angezeigt also wie pferde wiesen etc pflanzen pokémon sind hier ein bisschen rar wenn ich teilweise sehe was andere schon haben an pokémon lapras und ach da werde ich neidisch es wird auch so sein dass ich nicht immer aufnehmen werde aber zu den wichtigsten ereignissen nehme ich euch mit da wir müssen ein level abkriegen schnell wie möglich wobei ich das überlege auch mal zwischendurch alleine zu machen ohne euch und euch dann wieder rein zu holen für level 10 wären zum beispiel das würde ich hinkriegen innerhalb von zwei drei stunden was wir machen können wir schmeißen rauchern was ist das ein kaputu was ich habe noch keine bären hoffentlich haut er nicht ab also leute wenn das nicht ein screenshot wert ist für facebook dann weiß ich auch nicht mehr also auf facebook und twitter werde ich zwischendurch screenshots posten und wenn ich besondere pokémon finde so wie kaputu oder das ist das ist ein urzell pokémon wird nachher zu kaputu oh das Ei schlifft aus schauen wir mal was wir diesmal drin haben ein raupi 44 ist gar nicht mehr so schlecht na dann los werden wir zu safkon so aber hier muss ich mal immer unterbrechen und sag dann mal bis später so da sind wir auch schon wieder wird auch wahrscheinlich die gleiche aufnahme sein zwischendurch kommt auch immer vorbei die ich nicht kenne am meisten wenn ich durch mein eigenes dorf lauf aber wir haben saftkorn gerade entwickelt und das ist auf 48 ist gar nicht mal so schlecht so dann können wir ein neues Ei reinstecken ich mache ganz gerne zwischendurch die zwei kilometer damit da was rauskommt ich weiß nicht wenn wir so lange jetzt auch nur 10 kilometer haben ich muss sagen jetzt auch morgen läuft das spiel richtig gut die ganzen tut mir leid wenn die zuschauer von mir das vielleicht auch sind aber die ganzen kitties sind noch nicht am zocken dann hab ich doch hab ich doch hab ich doch hab ich doch immer schwer da ist noch eins und ini das so die bis ich er sieht ja meine fingerbewegung nicht das kann leider nicht einstellen mit dem programm aber das ist schon nicht schlecht ganz außen ich will dass wir noch einen Evoli fangen wenn man vom Teufel spricht da ist es das Evoli sehr schön und ein neuer Eindruck das ist auch sehr gut das heißt wir kommen weiter also das läuft gerade hier eins nach dem anderen perfekt ist das mal ganz kurz so ne ich werde allerbeste sein wie keiner von mir war ich hatte ja eigentlich gehofft dass zum start das ganze zurück gesetzt wird aber da hatte ich nicht so viel glück und dann hätte ich nämlich ein bisschen powerlevel gemacht und fort zu sein vor anderem so hinten haben wir ein paar pokestops die werden wir noch ablaufen die arena werden wir auch nicht schaffen nicht mit dem level schauen wir mal wir sind jetzt übrigens an der feuerwehr direkt dahinter ist der friedhof haben wir denn hier irgendwas auf dem scanner nein aber während ich möchte mitnehmen werde ich nicht über den friedhof drüber laufen da kann man auch dran vorbeilaufen gewisse totenruhe und so weiter sollte man immer einhalten wenn ihr da drauf gehen solltet leise wenn ihr da drauf gehen solltet leise sagt aber noch ein paar laufen hier ein paar leute das hier ist übrigens schon das erste friedhofsportal oder der erste friedhofs pokestop wie gesagt ich bin englischspieler ich sag mal portale seid mir nicht böse den einen pokestop werden wir wahrscheinlich nicht machen apropos wir hatten noch eine raupige hier hatten wir ja schon weiterentwickelt und safcon da brauchen wir wieder 50 für raupis sind relativ selten aber ich glaube jetzt nicht dass noch viel geguckt werden die let's plays wie gesagt in deutschland jetzt auch in releases und ich persönlich der pokémon go ich sag mal jetzt nicht so aufregend ich finde es schön wenn ihr guckt keine frage aber es wird wahrscheinlich so sein in zukunft dass ich nur noch ab und an videos mal jetzt momentan machen und den ganzen verlauf oder wenn mal einer von euch sich meldet der hier in der nähe wohnt dann wird das natürlich auch mit aufgenommen wenn ihr das möchtet schutzvolle fürs handy haben also die arena werde ich gar nicht erst versuchen was wir allerdings machen werden wir hören jetzt auf die eine folge das eine war ich gemacht habe und das andere werden wir zusammenschneiden das geht ja schön über youtube und ich werde schauen da ich jetzt erstmal was frühstücken werde kann ich am Bäcker vorbeikommen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschüss